Wir machen davon 5 Minuten und los geht's. So, unser erstes Leben sind einmal die Burpees. Dafür nehmen wir einmal den Schilderweiter Stand und gehen einmal runter in die Liegestützposition und machen da einen Liegestütze, trifft uns nach oben und sprecht einmal den Speck hoch. Und das machen wir mit einem schnellen Durchlauf. Zwei Drücken und einmal die Kniebeutel. Dafür geben wir einmal auch den Schilderweiter Stand. Dann stell dich vor, dass du vor dir in deine Wand hast und drück dein Gesäß einmal komplett nach hinten. Wichtig ist, dass du den Fersen am Boden direkt verankert bist und drückst dich mit dem Gesäß nach unten mit dem geraden Rücken und drückst dich wieder hoch. Du siehst dich auch aus deinem Knie und nach außen zeigen. Da darfst du gerne den Arm mitnehmen und davon machen wir jetzt noch ziemlich schnell. In der anderen Bewegung ist das in einer Brücke fest. Dazu geben wir einmal den Dünschخzen in den Ton. So, da nehmen wir einmal den Körper in einer glasen Linie. Wichtig ist, dass wir das Gesäß und die Worte sich dazu anspannen, dann versuchen wir links und rechts einmal die Spitze zu drücken. Wichtig ist, dass die Hüfte dabei fest bleibt und dass wir nur mit den Armen gehen. Das versuchen wir jetzt zehnmal in Hals zu machen, links und rechts. So, jetzt gehen wir einmal die Füte hier rum, das sind die Hampelmänner, da geben wir noch natürlich Gas. Da versuchen wir einmal die Beine zu öffnen und gleichzeitig die Hände zu schließen. Das schaut dann einmal so aus. Und bei dem wir noch einmal Vollgas, achtet darauf, dass wir wirklich die Beine auseinander ziehen und die Arme auch wirklich schließen. Starten mit der fünften Übung, das ist der Beine auf den Boden. Beine sind besser auf den Boden. Fangen und tief einmal mit dem Oberkörper. Einmal zur linken Seite und einmal zur letzten Seite. Wir versuchen wirklich mit dem Oberkörper komplett auf die linke Seite zu drücken. Die muss so einfach ist, dann gerne auf die Beine mit Druck nehmen und sich dann auch nochmal komplett nach links und rechts rotieren. Und wenn es so einfach ist, kann man sich dann Hilfsmittel dazu nehmen, eine Wasserflasche oder mit kurzem Haar. Jetzt hast du von dir fünf Minuten kennengelernt, zum Thema IT-Werkert. Die kannst du gerne im Alterkonditionen vor dem Klinik, nach dem Klinik, kannst du gerne mit den Freunden ausprobieren. Ich stärke nämlich auch die Leistungsfähigkeit im Sport, den Herzkreis dort und die Konditionen allgemein im Sportbereich. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.